Fleischtigern wird jetzt bei diesem Anblick wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die Fleischerei Wegscheider aus Starek ist ein Garant für qualitativ hochwertige Fleisch- und Wurstprodukte. Regionalität spielt bei der Produktion eine wesentliche Rolle. Sowohl bei Gewürzen als auch, wie gesagt, unser Fleisch kommt alles vom Bauern aus der Region. Wir haben zum Beispiel mit dem Schweinefleisch das Gustino Strohschwein. Da haben wir eigentlich unsere Filialmitarbeiterinnen geschult. Und damit eben den Kunden genau beraten können, wie lebt das Schwein, wie wird das aufgezogen. Und das ist total wichtig und haben auch Broschüren in den Filialen, damit eben die Kunden gut informiert werden. Und das ist auch für viele Kunden immer wichtiger. Neben den Klassikern punktet das Familienunternehmen vor allem mit traditionellen Müllviertler-Spezialitäten. Wir bezeichnen es zwar als Cominions, aber wir machen jetzt sehr viele Produkte, traditionelle Produkte für die einfache Zubereitung zu Hause. Das hat mit den Knödeln angefangen. Die sind quasi vorgekocht, sind durch das relativ leicht daheim zum Fertigkochen. Halten auch länger im Kühlschrank. Und gleichzeitig dazu machen wir auch ein fertiges Müllviertler-Speckkraut, wo halt schon Speck und Grammisch, weil jetzt noch alles dabei ist. Das passt super zu den Knödeln, aber auch zu unseren Bratwürsteln. Und dazu gibt es natürlich noch impassierten Gulaschsaft. Das heißt, wenn einer zu seinem Knödeln und Gulaschsaft will, kann er den auch gleich mit aufwärmen. Und das sind halt Produkte, die immer beliebter werden, so wie unser Haché-Punkerl. Das kann man verwenden für Fleckerl-Speis. Manchmal macht man sogar auch eine eigene Bolognese-Sauce draus. Und man kann es sogar auch einfach kalter für Brot aufsteigen. Und das sind Produkte, die halt immer beliebter werden, weil sie einfach in der Handhabung sind. Und es sind trotzdem keine Fertigprodukte für die Mikrowelle, sondern man muss noch kochen, aber spart sich viel Zeit. Seit 1898 gibt es bei Wegscheider Gutes aus dem Müllviertel. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen jetzt da nicht irgendwelche Experimente machen. Wir machen zum Beispiel keine Bratwürstel mit Chili oder irgendwas, sondern wir machen die klassischen Bratwürstel, so wie man es vor 50 Jahren schon gemacht hat. So machen wir es noch immer und wir werden es hoffentlich in 50 Jahren noch genauso machen. Der Fleischermeister Wegscheider arbeitet außerdem seit vielen Jahrzehnten erfolgreich mit MaxiMarkt zusammen. Es gibt sicher Kunden, die uns anrennen und sagen, sie sind froh, dass es jetzt die Produkte auch bei MaxiMarkt gibt. Und andererseits gibt es auch Kunden, die gar nicht gewusst haben, dass wir auch eigene Geschäfte haben. Es sind die Liebe zum Handwerk und die traditionelle Verarbeitung, die man in jedem Produkt von Wegscheider schmeckt.